Sonntag relativ leer ist er hier. Und damit einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wir haben hier Sonntag, den einen Tag nach meiner Anreise aus, wo ich eben herkomme, hier in Dettendorf. Ich werde mir jetzt erstmal was zum Frühstücken holen. Das ist natürlich für den Sonntag das optimale Wetter, weil ich brauche erstmal was zu machen. Ich kam leider gestern relativ spät an und daher, der Bahnhof ist auch gleich in der Nähe. Darunter und dann bin ich schon beim Wetter. Ja, echt als sehr zentral gelesen finde ich echt gut. Hier haben wir noch einen Imbiss, aber der sieht relativ zu aus. Ja, ich filme gerade mit der GoPro hier, um da mir noch ein paar weitere Eindrücke und Sachen hier sehen zu lassen. Sehr freundlich sind die Menschen hier auch. Das finde ich auch immer sehr gut, weil ich möchte natürlich auch eine Stadt haben, wo man am besten auch freundlich ist. So eins an der Bäckerei-Kaffee, das dauert aber ein bisschen. Ja, jetzt war ich beim Bäcker, habe mir den Kurs was geholt. Ähm, ja, jetzt geht es wieder erstmal zu der Unterkunft, wo ich auch übernachte. Danach schaue ich mir vielleicht heute noch mal ein bisschen die Stadt an, nehme meine Kamera dann auf jeden Fall auch mit, äh, auf jeden Fall meine Hauptkamera, ähm, um da ein bisschen, ja, Video und Co. zu filmen. Weil damals im Oktober, November, Oktober, habe ich das schon mal versucht, da ist mir aber, dann, ähm, war der Akku alles. Relativ, ja, viel beschnitten hat, wollte ich mir noch ein bisschen die Stadt anschauen und genau das mache ich. Ja, es ist schon Montag, es ist schon der erste Tag, somit würde ich aber den Sonntag, den du jetzt auch beenden wollen. Ich habe euch hier nochmal ein paar Bilder und Videos von der Stadt Stettendorf eingeblendet und damit sage ich erstmal von dem, äh, Sonntag erstens. Und schön, guten Tag, wir sehen uns, tschüss.